Seit der BMS-Version 21A2 gibt es ein neues Lizenzierungsverfahren. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Mein Name ist Nick vom Support und wir wechseln direkt ins Management Center. Im Management Center sehen wir direkt schon die Benachrichtigung, dass aktuell keine Serverlizenz vorhanden ist. Um die Lizenz zu aktivieren, wechseln wir in die Konfiguration, in den Reiter Lizenzkonfiguration. Hier haben wir jetzt unter Aktivierung die Möglichkeit, zum einen die Online-Lizenzierung oder die Offline-Lizenzierung zu verwenden. Für beide Varianten könnt ihr bei eurer zuständigen Vertriebsassistenz entweder eine Ticketnummer oder eine Lizenzdatei anfordern. In dem Fall möchten wir jetzt die Online-Lizenzierung verwenden und geben die von der Vertriebsassistenz erhaltene Ticketnummer ein und klicken auf Aktivieren. Hier kommt nochmal eine Warnmeldung, dass falls diese Ticketnummer bereits bei einem anderen B-Server aktiviert ist, diese auf dem anderen Server ungültig werden und auf den Server hier umgezogen werden. Dementsprechend klicken wir auf Aktivieren. Und jetzt wurden die Lizenzen erfolgreich importiert und aktiviert. Nach der Aktivierung ist es noch notwendig, dass wir einen B-Server-Dienste-Neustart durchführen. Somit ist die Aktivierung der Lizenzen eigentlich bereits abgeschlossen und wir können uns nach dem Dienste-Neustart im Management-Center wieder anmelden. Im Management-Center sehen wir jetzt zum einen bereits, die Warnmeldung ist verschwunden und wenn wir jetzt in den Reiter Übersicht wechseln, sehen wir, dass unsere Lizenzen erfolgreich aktiviert wurden und die gekauften Module sowie Client-Packs zur Verfügung stehen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns im Badamundi-Support jederzeit erreichen. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und wir sehen, dass euch das Video gefallen hat.